Hä, what the fuck, was macht man jetzt? Was meinst, neun, mehr, besser, oder schlechter, oder? Okay, ich hab grad gedacht, das ist irgendwie ein PvP-Ding oder so, aber... Fünf, warum ist jetzt der Fünf? Warum ist der Sex? Hä? Oder ist das Uno? Ich hab keine Ahnung, wie man Uno spielt. Ähm. Ich hab wirklich null Ahnung. Scheiße, das ist, glaub ich, echt Uno. Da steht sogar Uno drauf, lol. Mustralia Uno. Ähm. Wie war das? So wenig Punkte... Wie... Oh, shit. Fuck. Ich muss googeln. Ähm, Uno-Spielregeln. Einfach nur... Ziel des Spiels. Das Ziel beim klassischen Uno... Ich bin dran. Äh. Ja, keine Ahnung. Das Ziel im klassischen Uno ist, das erste Spieler 500 Punkte zu erzielen. Pro Runde erhält der Spieler Punkte, welche er als erstes seine Karten auf der Hand ablegt. Punkte gibt es für alle Karten, die übrigen Mitspieler noch auf der Hand halten. Hä, also ich brauch mehr Punkte, oder wie? Oder wie? Oder... Hä? Ich bin total verwirrt. Äh... Äh... Hä? Und jetzt? Habe ich nichts mehr. Ähm. Was muss ich jetzt machen? Ähm. Was, 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 was muss ich jetzt... Karte ziehen? Ah, Karte ziehen. Was war es nochmal für eine Karte? Ah! Aha, okay. Rhetor-Karte zieht zwei Karten aus, hat es eine Farbenwahl. Rhetor-Karte, ähm... Ähm... Okay. Was war das für eine Karte da? Rhetor-Karte. Aber diese Karte ändert sich die Spielrichtung. Ähm... Ach so, ich muss in eine Karte ziehen. Okay, ich dachte, ich muss jetzt Karten ziehen, bis ich dann die richtige Farbe habe. Okay, aber ich habe immer noch keine Ahnung, ob es das Beste ist, die hohen oder niedrigen Karten auszuspielen. Keine Ahnung. Ähm... Tja. Nächste Karte. Farbenwahlkarte, nochmal grün. Okay. Zwei Karten, auch noch zwei Karten. Okay, drei Karten. Nächste setzt aus, dann bin ich dran. Oh, mhm. Was ist das, Farbenwahlkarte oder was? Okay, das ist schon der erste Gewinner schon mal. Naja, okay. Ähm... Aber man kann die Matchen, 0 auf 0 und so weiter. Okay, ähm... Whatever, ja. Ich habe seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht im UNO gespielt oder so. Seit 15. Ungefähr. So, ähm... Was muss ich jetzt machen? Hä? Was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung, wie UNO funktioniert. Holy shit. Okay. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, nächste Runde. Ähm... Genau, Bets machen wir irgendwie... Keine Ahnung. Okay, warte, warte, warte. Erstmal zählen 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, bet. Okay. 10 Millionen. Ready. Ready? Jetzt. 200 Millionen in Ernsthaft? Holy shit. Okay. Ähm... Robben ist drin. Plus 2 Karten. Ähm... Das ist, glaube ich, dann zurück. Okay. Und ich darf aussetzen? Nice. Irgendwann schreibt mich an. Wer bist du? Nochmal. Ja, klar. Logisch. Ist sogar nur nervig, weil ich eigentlich mit etwas ganz anderem beschäftigt war. Zurecht. Ziemlich beschissen gerade. Aber, naja. So, nochmal ziehen. Ah, okay. Ähm... Ja. Blau. Blau. Okay. Na toll. Wait, das nochmal. Hä? Okay. Ja, blau ist okay. Blau ist echt okay. Na, wieder rot. Rot ist Mist. 5. 5 ist okay. 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 Das Problem ist einfach, ich habe einfach keine Ahnung mehr gehabt, die meine Uno spielt. Und so langsam kommt es wieder. Ganz langsam, aber wirklich. Nummer 6. Nummer 6 ist okay. Die anderen sind viel zu viele Karten da. Das passt mir nicht. Oh. Oh. Wow. Holy shit. Da ist der erste Gewinner schon. Fluno. Aber man muss das tatsächlich in den Chat schreiben, oder wie? Buy Monies. Also, ich bin dran. Chat. Okay. Immerhin. Immerhin. Null. Null ist schlecht. Zumindest bin ich der Einzige, der sich mal verliert. Oh. Rot. Super. Hoffentlich hat er keine rote. Nice. Aber. Aber. Jetzt aber, oder? Jetzt aber. Jetzt aber. Ah, fuck. Ich muss auch Fluno, oder? Ich muss jetzt Fluno callen. Plus 2, ich kann nichts machen. Shit. Und wer ist nächst dran? Kriegst du's? Nein, ich hätte die Plus 4 Karte setzen sollen. Shit. Das war dumm. Jetzt aber. Jetzt aber, Kriegst du's. Nice. Richtig nice. 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 Warum rot? Warum rot? Aha. Toll. Fuck. Äh. Ja, toll. Okay, das geben wir länger dauern. Fünf. Fünf. Ja. Nice. Komm mal her, zieh'n ein paar Karten. Ja, ist okay. Vier. Ah, doch nicht rot. Warum rot? Rot hab ich keiner. Hm. Mist. Boah, das wird schwierig. Das wird ein langes Game. Was? Meistern wir? Ja, ja. Wir haben es hier. Alles klar. Irgendein World Pass oder so. Achso, ich muss nochmal. Hm. Ach, ich hab nicht bestätigt. Hups. Hm. Aber es ist echt lustig eigentlich. Das ist halt wirklich lustig. Also die Idee ist halt wirklich super einfach. Ich hab am Anfang gedacht, das ist irgendein PvP-Game oder so. Aber, ähm. Also, das ist halt irgendwie echt voll in Ordnung. Ich hab die Gefühl, es gibt keine roten Karten mehr oder so. Ah, nice. Sieben. Ja, sieben, wenn die sieben bleibt, das ist nice. Aber... Bin mir nicht sicher. Ich hab die schon so kurz vorm Gewinnen. Einfach das Endlos-Game. Sieben, nice. Jetzt aber, oder? Genau. Ich muss mich zweimal flunocollen lassen. Ich hab keine Ahnung. Äh, ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. War es am ersten Mal oder immer? Oder... Keine Ahnung. Zu früh? Ich bin so schlecht, man. Wenn man wirklich zu schlecht für Uno ist. Jetzt? Okay. Ja, okay. Endlich geschafft. Holy shit, das war schwierig. Okay, also erst, wenn man am letzten Zug ist, dann Uno. Okay. Oder Fluno. Ich bin übrigens gespannt, wie sich das aufteilt. Also, ob es in den gleichen Teilen ist oder so. Oder, keine Ahnung. Oh, RIP kriegst du's. Das ist eh so lustig. So gefühlt einfach jeder Spieler ist deutsch. Also wirklich 80% oder so oder 70% der Spieler sind einfach deutsch. Das ist in Fly-Fight einfach so geil. Aber es ist eigentlich immer so, dass die deutsche Community, also gerade beim Gaming, die ist einfach mal riesig. Ich meine, kennt ihr irgendein Game, wo es eine große, keine Ahnung, polnische Community gibt? Oder, wenn es selbst, selbst amerikanische Communities gibt es einfach kaum. Also ja, die meisten, die meisten Servers sind halt dann so ein bisschen kontinent basiert. Aber selbst dann ist es eigentlich, ähm... Wow, 100! Wow, okay. Das ist ja geil. Okay, das ist wirklich lustig. Ich hab gar nicht mehr gewusst, wie viel Spaß das so macht. Wie funktioniert das eigentlich? Wie startet man das Ding? Ähm... Adder? Nein, Messenger? Wie funktioniert das denn? Website-Image. Slash... Achso, ne. Hä? Wie geht das? Geht's per Common vielleicht? Slash? Ups. Jetzt gehen ein bisschen mehr einen da. Vielleicht nochmal irgendwie... 40. 40. 40. Warum ist er gequittet? Oh, ne. Komm. Ähm... Wie macht man das eigentlich? Der hört einfach hier alles rein. Ach, Flaris East! Okay, ich hab gedacht, es gibt ein Ding dafür. Irgendein Shortcut oder so. Okay, good to know. Okay. So, ich pausier so lang, bis es losgeht. Okay, letzte Runde. Ähm... Machen wir uns erstmal beliebt. Achso, noch nicht beliebt. Wir haben 2 plus 2 Karten. Das ist ziemlich lustig. Moneypot 273 Millionen. Okay. Okay. Also mit 4 Spielern ist es, glaube ich, echt am angenehmsten, wenn es mehr werden. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber... Ähm... Bei mehr als 4 Spielern, glaube ich, wird es echt dann ein bisschen... Bisschen langwierig. Bisschen langwierig. Ja. RIP. Ich bin anfällig für solche Dinge jetzt. Und gleich nochmal. Ja, aber Glücksspiel ist einfach geil. Und ich meine, selbst sowas ist jetzt im Prinzip Glücksspiel, also... Oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Ich meine, es hat jetzt nichts mit Skill oder so zu tun. Jetzt kreis einfach nur reines Glück oder Pech. Oh, gleich Charakter Level 19. Äh, Ding Level 19. Eins und grün. Wir hätten sowas. Ja, aber echt so. Oh, ja, gelb ist nice. Komm. Ähm, nein. Komm, gibt es einen Krixus? Ja, ist auch okay. Ich erinnere mal. Ach so, jetzt kriegst du das... Oh, nein, ich krieg's... Oh. Oh. Okay. Der Typ lag da aber auch rum, oder? Ja. Das war dann... Ach, RIP Blau. Ähm. Hä? LOL? Ah! Hm. Ja. Ja. Oh, RIP. Ja. Wenn du mich jetzt erst setzt, dann ziehe ich automatisch die Karten. Wow. Wow. Aber, ich hab noch einiges für euch, äh, dann hier mit dabei. Ne plus vier ist schon mal nett. So, erst dann. Läuft's aktuell? Bin ich das nächstes dann dran? Wolf rein. Jan auf der Wolf rein. Äh, vier Karten ziehen. 17 All-Stats. Oder? So, erst mal noch. Ah, erst mal so. Na, komm. Let's go. Ja. 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 Ah, Uno ist zu geil. Spielt halt allein. Und er kam wirklich mit einer Eins an. Aber Blau hat er ja. Saved. Er hat ja haufenweise Karten. Oh, nice. Ja. Jetzt hätte ich mal eine plus vier geben können. Shit. Als nächstes kriegt er eine plus vier. Der hat mich mit zu wenig Karten einfach. Ach so, ich darf denn eine Farbe dann wählen. Neu. Das bleibt spannend auf alle Fälle. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Es bleibt spannend auf alle Fälle. Oh, no. Oh, no. Mach jetzt nicht sowas. Oh, no. Ja. Schaut da momentan relativ gut aus für mich. Grüne. Oh. Da bleiben wir Blau. Ah, immer schon Karten ziehen. Ey, du hast so viele Karten und keine Blaue. Ernsthaft? Okay, eine Blaue. So, jetzt geht's los. Och, Blau und Null. Oh, okay. Einmal auf Grün, dann bin ich halb... Oh. Ja. Ja. Ist okay. Das war schwierig. Shit. Nicht gut. Ganz schwierig. Gelb und fünf. Nein. Es sind mir viel zu in den Karten momentan. Komm, geh auf Rot. Geh auf Rot. Grün, ja. Dann zieh erst mal. Ich muss das Nächstes... Ne, warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ihr jetzt aussetzt... Ach, shit. Nein. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Das ist ganz und gar nicht gut. Jetzt hat's doch irgendwas. Fuck. Ja, immerhin. Bitte, hab jetzt keine Rote. Nein. Das ist mies. Okay. Das ist mies. Komm, Rot oder Gelb. Rot oder Gelb. Rot oder Gelb. Come on. Come on. Luno hier unten reinschreiben. Warum RIP eigentlich? Hä? Er hat doch gewonnen. Äh. Ja. Ja. Das ist jetzt wirklich RIP. Aber ich hab die Karten wieder los. Fast zumindest. Pass auf, was du spielst. Bislang mag ich deine Videos. Nein. Komm, 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 komm. Nein. Okay. Na ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, abo geht raus. Nice.